Nachhaltige Bodenkonzepte, die Qualität und Langlebigkeit versprechen? Genau dafür stehen die Produkte von VINEO. Dank des Online-Konfigurators von VINEO können Sie Ihren neuen Bodenbelag bereits vorab am PC visualisieren. Hierzu wählen Sie aus der Galerie zunächst einen geeigneten Einsatzbereich aus. Bestenfalls die Vorlage, die Ihrer Raumsituation am ehesten entspricht oder von der Sie sich einen authentischen Eindruck zu Produkt- und Raumgefüge versprechen. Für eine zusätzliche Anpassung des Raumes können Sie die Wand noch entsprechend einfärben. So lassen sich Boden und Wand harmonisch abstimmen. Das umfangreiche Sortiment erscheint durch Anklicken des Bodensymbols oder über das Feld Produkte. Falls Sie bereits eine bestimmte Kollektion oder Holzart im Blick haben, so können Sie Ihre Suche mithilfe der Filterfunktion eingrenzen. VINEO verfügt neben klassischen Holzböden auch über Purline-Bioböden. Dies sind nachhaltig produzierte Kunststoffböden, die zum Großteil aus nachwachsenden Rohstoffen und natürlichen Füllmaterialien gefertigt werden. In unserem Fall fällt die Wahl jedoch auf einen Laminatboden aus Holz. Nehmen Sie sich bei der Auswahl Ihres Konzeptes ruhig genügend Zeit und entdecken Sie, welches Produkt am besten zu Ihnen passt. Einzelne Einstellungen können Sie über das X-Symbol wieder löschen. Sollten Sie Ihre Produktsuche ganz von vorne beginnen wollen, so können Sie den Filter auch komplett zurücksetzen. Falls Sie mehrere Favoriten haben, klicken Sie bei den jeweiligen Produkten einfach auf das Sternensymbol mit dem Pluszeichen. So werden diese automatisch in Ihrer Favoritenliste abgespeichert, welche Sie durch Anklicken des Sternensymbols darüber jederzeit öffnen können. Weitere Produktinformationen erhalten Sie durch Anklicken des Infosymbols. Auch hier können Sie das gewählte Produkt favorisieren. Zudem können Sie die notwendige Produktmenge für Ihren Raum ausrechnen und anschließend ausdrucken. Der Dekorvergleich bietet Ihnen unter anderem die Möglichkeit, die direkte Gegenüberstellung Ihrer Favoriten zu begutachten. Welche Produkte überzeugen Sie im direkten Vergleich? Schritt für Schritt kristallisiert sich so Ihr bevorzugtes Konzept heraus. Auch das Verlegemuster und der Verlegewinkel können bei Bedarf verändert werden. Die genauen Produktinformationen zu Ihrem Konzept lassen sich nun ebenfalls einfach ausdrucken. Um sich einen noch realeren Eindruck zu verschaffen, können Sie auch eigene Fotos hochladen und so die Konfiguration Ihres eigenen Wohnraums vornehmen. Hierzu klicken Sie auf das Feld Mein Raum, wo Sie sich kostenlos registrieren können. Wir wünschen Ihnen schon mal ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Wir wünschen Ihnen schon mal ganz viel Spaß beim Ausprobieren.